Ich glaube, das waren nur hier die beiden Kisten. Ich versuch's einfach mal. Dann muss ich gleich einfach nochmal in das Level rein, um mir die restlichen... Ähm, um mir den einen Edelstein noch zu holen, der dann bei der nicht sterben Plattform war, aber da war ja zum Glück gerade ein Checkpoint. Ich glaub, das waren nur die zwei Kisten. Ich hoffe's einfach. Oh, mein Gott. Oh, das sind nur die zwei Kisten. Ja! Das waren nur die zwei Kisten. Ich muss mir die ganze Scheißarbeit nicht machen. Ah, ich bin nicht gut. Eignopf stinkt, ich weiß. Das ist schön. Dann war das ja mega easy. Okay, dann gehen wir nochmal rein und holen uns die Totenkopf-Plattform. Das wird ja jetzt hoffentlich nicht so das Problem sein. So. Einfach nicht sterben. So ein Akku wäre auch noch ganz schön. Da haben wir auch einen. Wunderbar. Trotzdem hilft der mir nicht, wenn ich in Abgründe reinfalle. Da ist nämlich zum Beispiel ja einer. Da ist nämlich zum Beispiel ja einer. Da ist der Edelstein. Und da sind die zwei Kisten. Das ist ja jetzt egal, wenn wir sterben. Wäre halt nur schön, wenn wir vorher noch einen Checkpoint kriegen, damit wir den ganzen Rotz nicht hier nochmal machen müssen. Und da ist auch schon weiter. Wunderbar. Akku haben wir aber nicht mehr. Aber da ist schon das Ende. Sehr schön. Da haben wir schon das Hass-Level eigentlich fertig. Da haben wir schon das Hass-Level eigentlich fertig. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt, ähm, Space Out, war das glaube ich, oder Spaced Out? Ich weiß es gerade gar nicht. Keine Nachricht. Spaced Out, genau. Das machen wir dann. Und dann haben wir nur noch die zwei, ähm, Jetpack-Level. Und das sind eigentlich meine Lieblings-Level hier oben. Wobei das Spaced Out-Level auch ganz cool ist, weil wir da alle, ähm, farbigen Edelsteine brauchen, um den Edelstein-Part zu machen. Das finde ich ganz cool. Ich habe, glaube ich, alle Level, also alle Warp-Rooms nach der Reihenfolge gemacht, außer das letzte. Da mache ich jetzt durcheinander. Na gut. Hier dürfen wir nicht zu spät, zu früh abspringen, weil außen diese roten Ränder, die verbrennen uns. So, und da geht es schon los. Wir müssen hier wieder Backtracking machen. Ich weiß es nicht, wie wir laufen. Wir machen einfach mal hier. Guck mal, was dabei rauskommt. Ich denke, oben gibt es keine Kisten. Ja, sieht so aus. Ähm. Nur den Edelstein. Das war gut. Und da haben wir schon den grünen. Ich habe da mal Angst, dass ich da runterfalle. Okay. Das Kuh. Ich habe es verkackt. Von Anfang an, ne? Au! Natürlich! Ich wollte gerade sagen, ach komm, ich sammle gar keine Kisten ein. Aber es ist ja nicht viel, was hier ist an Kisten. Das sieht da oben aus wie so Donuts. Ungedrehte Donuts, die da oben sind. Und da oben sind. Ja. Ah! Oh mein Gott. Okay. Dann hätten wir das wieder geschafft. Ach, Mann! Ich weiß es nicht. Ich darf nicht so früh springen, weil ich sonst in das Ding reinspringe. Also in den... In den Strahl springe ich dann rein von dem Ding. Mit erst ist ja relativ einfach, nur dass wir da halt immer so lange warten müssen. Ich habe Angst, dass ich da durchfalle. Ich schätze mal nicht, dass es hier Kisten gibt. Also in dem Edelstein-Weg. Ich könnte da locker drüber springen, aber ich mache es einfach nicht. Ich hätte mal gerne einen Mitleids-Akku. Kriege ich bestimmt beim nächsten Mal, wenn ich sterbe. So, es geht immer fixer hier vorne. Boah, mein Gott. Das war schön. Das war echt schön. So, macht der auch hoch? Ne, der macht nur nochmal Blubi, Blubi. Okay. Okay, der gelbe Edelstein. Ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass da drüben irgendwas rumdödelt. Jetzt ist es gut. Ich hätte da drauf gehen können. Jetzt ist es gut. Okay. Da hat man schon den roten gesehen. Jetzt ist es auch gut. Man braucht einfach nur Geduld. Boah. Nein. Ah, ich brauche einen Mitleids-Akku. Aber das hat schon mal ganz gut funktioniert. Und das war die letzte Dings, weil der Lila-Ninder bringt uns nämlich nur noch zum Ende, glaube ich. Das hier funktioniert doch, habe ich schon gesagt. Schlimm, ey. Ich will doch nur den Edelstein haben. Ich finde die Idee saugeil, dass man hier alles braucht. Um das hier zu machen. Na ja. Da kann man sich drüber streiten. Ja. 25 Leben. Sehr schön. Ich mache die Kisten mal hier noch kaputt. Es wäre halt schön, wenn es da oben einen Checkpoint gibt. Das muss auch nicht mal ein Kisten-Checkpoint sein, sondern einfach nur so ein Metall-Checkpoint. Ich weiß gar nicht, ob es die hier schon drin gab. Ich glaube, es ist erst im dritten Teil gab. G-ge-guckt hat. Okay. Okay. Green. Aaaaah mein Gott. Gelb. Einfach nur Geduld. Einfach nur Geduld haben. Ne. Jetzt. Nein. Das nächste Mal. So. Jetzt sind wir wieder beim Roten. Boah, mein Gott. Jetzt bloß nicht von der Plattform runterfallen. Und wir sterben. So, wir haben den noch. Sehr gut. Und jetzt können wir uns um die Kisten kümmern. Haben wir uns das Beste für den Schluss aufgehoben. Also, ich finde die Level hier oben eigentlich alle cool irgendwie. Es hätte ruhig noch mehr von denen geben können. Hunde ich da hoch? Ja, ein Leben noch. Okay. Okay. Das ging ja. Wir haben ja jetzt schon mal ein Checkpoint. Das war mir klar, dass der das war. Na gut. Hätte ich doch drauf springen sollen. Da. Wow, mein Gott. Schön in den Rücken reingegrätscht. Und das ist easy. Wenn wir die Uka mit. Äh, Uka vor allem. AQ, bitte.